Musik Und jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsschaltung, der schönsten, besten, die es für E-Bikes gibt, nämlich die Roll-Off-Schaltung, die Speedhub 14 Gang. Ein super Produkt aus Deutschland, stellen Sie sich das vor. Aber alles, was es so an Schaltungen gibt, da kommt ja nichts mehr aus Deutschland. Ja, Shimano ist Asien irgendwo, Enviolo, Luminci kommt aus Amerika, Holland. Aber hier, diese Speedhub-Schaltung da, diese Roll-Off, die wird in Kassel gebaut, wurde in Deutschland entwickelt von Bernhard Roll-Off. Heute ist das Unternehmen 50, 60 Leute stark und die machen in echter Handarbeit, bauen die diese Schaltungen zusammen. So richtig deutsche Handwerkskunst ist das. Ähnlich wie ein Schweizer Uhrengetriebe, so eine Uhr mit Zahnrädchen, so wird auch hier so eine Nabenschaltung zusammengefügt. Mit Gefühl. Also das ist echte Handarbeit. Und solche Leute, die da in dem Werk arbeiten, das sind wirklich ganz, ganz, ganz sensible Menschen, die da drauf eingearbeitet sind, kann nicht jeder mal. So, und dieses Wunder der Technik, haben wir jetzt hier zum Beispiel in einem Tauberrad, Ries und Müller bietet es genauso an. Und diese Schaltung daneben, die habe ich entdeckt, so im Jahr 2016, 2017 rum, dass die für E-Bikes besonders gut geeignet sind. Ich bin anfangs, bin ich ein, zwei Jahre gefahren, mit einer manuellen Rohlaufschaltung, das ist so ein Drehgriff, was die haben, mit 14 Gängen. Das ist etwas, sagen wir mal, eine Kunst, da damit zu fahren, wenn es der Berg hoch geht, weil unter Last natürlich in einem Getriebe kannst du nicht einfach so schalten. Die Novinci geht, die kann man schalten, ja, unter Last. Aber bei so einem Getriebe, wo dann ein Saan in der andere hineingehen muss, da ist das nicht so unbedingt. Also das heißt, man muss gerade ein bisschen fühlen, geht das. Und der Vorteil, den ich entdeckt habe für diese E-Bikes, ist einfach der, dieses Rohlaufgetriebe kann die ganze Kraft, die heute diese starken Motoren entwickeln, kann die praktisch aufnehmen. Die ist für 120, 130 Judenmeter ausgelegt. Bosch liefert im Moment 85 Judenmeter. Also da ist genug Reserve da. Und ja, es hat noch den Vorteil, es hat eine Entfaltung von etwa 520 Prozent. Also der erste Gang ist so leicht, dass sie auch, sagen wir mal, ohne immer maximale Unterstützung zu drücken, mit dem Turbo, dass sie in den Berg hochkommen, ist für Tourenradler interessant, die ein bisschen Strom brauchen müssen. Und wenn sie bergab fahren, können sie auch noch mit der Rohlaufschaltung bei 40, 45 kmh kräftig mitreden. Das geht dann, wenn sie ein gutes E-Bike fahren, das gute Fahreigenschaften hat und flatterfrei ist. Aus dem Grund, Tauberrad, ein Riesemüller, da tun wir die gerne einsetzen, diese Rohlaufschaltung. Rohlaufschaltung hat noch einen riesen Vorteil. Sie läuft superleicht. Also das Getriebe hat inner drin so einen geringen Reibungswiderstand, dass sie auch mal ohne Unterstützung fahren könnte. Ohne E-Unterstützung. Könnte ja mal sein, dass der Strom ausgeht oder so. Also das merken Sie einfach. Der Vergleich zwischen Kettenschaltung und Rohlaufschaltung ist bei den Laufeigenschaften minimal. Sie können auch sportlich damit fahren. Also ich habe es vorhin schon erklärt, bei Kettenschaltung oder bei NuVinci, wenn Sie mit sportlichen Leuten unterwegs sind, die mit Kettenschaltung fahren, mit einer Rohlauf, können Sie mithalten, weil die Kraft des Motors ans Hinterrad weitergegeben wird und bleibt nicht als Reibungswiderstand in der Narbe irgendwo drin hängen. Ja, also Rohlauf hat also in den 90er Jahren diese Speedhub-Nabenschaltung entwickelt. Und sie wurde immer so von Welt umrundern und Leute, die 50 und 100.000 Kilometer mit ihrem Fahrrad fahren, wurde die gern eingesetzt. Und jetzt beim E-Bike eben der Vorteil, sie ist nahezu verschleiß- und wartungsfrei. Einen Ölwechsel muss man machen, ab und zu. Unser Vorschlag ist am Anfang so bei 5.000, 6.000 Kilometer und dann alle 10.000 Kilometer. Es sei denn, sie tun das Rad extrem beanspruchen, als wenn sie es zum Beispiel mal in den See werfen und holen es wieder raus. Oder vorher durch die Wüste durch und so. Dann sollte sie es öfter machen, der Ölwechsel hier in Deutschland eher nicht. Reicht alle 10.000 Kilometer. Nach unserer Erfahrung. Dann kam im Jahr 2017, 2018 rum war das eine sensationelle Entwicklung. Und zwar hat die Rohloff und Bosch-Techniker zusammen eine elektronische Ansteuerung entwickelt. Bisher war ja Rohloff über einen Schaltgriff zu betätigen. Und diese Schaltzüge, die dann darunter liefen, die konnte auch einmal reißen, ist mehrmals passiert unterwegs. Das ist dann blöd, weil da musst du zu jedem Gangwechsel anhalten musst du dann anhalten. Bei der elektronischen Schaltung passiert folgendes. Daneben sind Taster. Und die steuern einen Stellmotor an und der bewegt dann innen drin das Schaltgetriebe. Also was früher die Schaltzüge gemacht hat, aber so und so macht jetzt dieser Stellmotor. Da ich mit Rohloff in einem sehr intensiven Austausch bin, bin ich also immer wieder auf dem neuesten Stand und weiß, welche Erfahrungen jetzt auch andere mitgemacht haben, wie wir und andere. Fakt ist folgendes, seitdem die elektronische Schaltung eingesetzt wird, ist der Verschleiß deutlich geringer. Also das heißt, diese Verschleißteile, die es vorher noch gab, irgendwelche Drehteile und, 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 oder Züge, Schaltgriff, egal, die gibt es jetzt nicht mehr. Das Ding funktioniert tadellos. Über weiß Gott wie viele Kilometer, also unsere Kunden sind so bisher gefahren zwischen 15.000 und 20.000 Kilometer mit der Rohloff, ohne irgendwelche Mängel. Ja, funktioniert einfach. Der Nachteil, es kostet viel Geld. Also die Rohloff-Nabe selbst, das müssen Sie so als Schweizer Uhrwerk betrachten. Ja, manche gehen ja her und tragen so eine Uhr, so wie ich zum Beispiel. Also meine geht immer richtig. Ne, die, so ein Präzisionsuhrwerk, das, lieber Gott, kostet damals schnell ein paar Tausend Euro. Und, wie Sie, wenn Sie so eine Uhr haben, so eine Schweizer Uhr und da bewegt sich alles so schön da innen drin, außer, dass es so ist, haben Sie keinen Vorteil. Eigentlich finde ich, weil die Zeit vergeht genauso schnell, also Sie gewinnen keine Zeit. Mit einer Rohloff-Nabe, die deutlich günstiger ist wie so eine goldene Uhr, da haben Sie wirklich Vorteile. Also der leichteste Gang ist so leicht eben, dass man steile Berge hochkommt, im schwersten Gang. Dann die Präzision des Schaltens ist genial. Also elektronisch passiert Folgendes. Sie drücken da auf das Knöpfle drauf, nach ober oder unter. Und in diesem Moment, während der Schaltvorgang abläuft, nimmt der Motor, der Bosch-Motor, seine Kraft zurück. Das kann man, weil daneben drin so ein Rechner drin ist, also praktisch ein kleines Computer. Und dadurch geht es so exakt. Das ist fantastisch. Das heißt, Tourenradler, Trekkingbiker, Mountainbiker und so, die es gewohnt sind, viel zu schalten, damit sie immer in ihrer Trittfrequenz drin bleiben, im gleichen Tempo, wo sie treten, die kommen super damit zurecht. Also, das ist meine Lieblingsschaltung. Tat, 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 so geht es dann. Man kann auch mit dem Daumen draufbleiben auf dem Schalterheben, dann schaltet er erst einen Gang und dann noch einmal drei durch. Also, das ist fantastisch, das Gefühl, wie das da so tut. Also, das ist ein echter Fortschritt. Aber, wie gesagt, es kostet ein wenig was. Mein Gott, der eine gönnt sich selten, der andere jenes. Entscheiden sie halt, was für sie wichtig ist im Leben. Also, ich kann es ihnen nicht sagen, was ihnen jetzt wichtig sein soll. Also, ich finde es halt toll. Die Rohlaufschaltung kann über einen Zahnriemen oder über eine Kette angesteuert werden. Sekundärantrieb nennt sich das. Ein Zahnriemen muss man auch ab und zu mal ein bisschen mit bestimmten Schmiermitteln da oder Pflegemittel behandeln. Also, eine Kette braucht man auch entsprechend dazu. Sagen wir mal so, ein nachhaltiges E-Bike. Und wir verkaufen ausschließlich nachhaltige Produkte. Nachhaltig ist für mich wenig Wartungsarbeit, wenig Pflegeaufwand. Hält ewig und drei Tage am besten. Mindestens mal zehn Jahre, eher 20. Ja, so soll es geben. Also, da gehört dann an für sich so eine Rohlaufschaltung rein. Weil die hat auch in anderen Fahrrädern, hat die 100.000 Kilometer und mehr gehalte, so eine Rohlaufnahme. Und wenn Sie wissen, dass Sie noch 20 Jahre E-Bike fahren können oder zehn und wissen dann, an wen Sie das mal vererben, das gute Stück, dann sollte das eine Option für Sie sein. So, wenn Sie jetzt neugierig worden sind, was wir hier so alles tun in Lauda, was wir alles anbieten, dann kommen Sie einfach zu uns einmal und fahren die Räderprobe. Also, Sie können vor die Ketteschaltung, Da Vinci, Enviolo oder die Olof-Nabe fahren. Da fahren Sie die bei uns auf unseren Teststrecken. Da haben wir extra so ein paar Kurs ausgewiesen. Das sind immer so Rundkurse, so mit sieben, acht Kilometern. Ja, mit Bergen hoch und runter und durch, über Asphalt oder über Feldwege und so. Teste Sie das wirklich aus. Sie können alles bei uns erfahren. Und dann treffen Sie die richtige Entscheidung. Sie können alles bei uns erfahren. Vielen Dank.